So Leute, herzlich willkommen wieder zurück zur Alien Isolation. Also, ich hab überhaupt keine Lust, aber ich muss. So, tue ich die Pistole. Okay, damit schlage ich. Das ist mein Bewegungsmelder. So ist die Kamera, äh Karte meine ich. Hier irgendwo muss ich hin anscheinend, hä? Okay, da hinten wird wohl noch zu sein. Also, ich hab selber nicht gespielt, aber ich hab's mal gesehen. Ich hab's mal gesehen, dass man, wie man das hier spielt, so ein bisschen. Ich kann mich hier an den... Was quatschst du da? Ich kann mich hier an den Abschnitt erinnern. Ich weiß, dass hier ne Lücke gibt. Auf jeden Fall. Nein, ich weiß so ungefähr, wo ich hin muss. So, was ist denn hier? Oh, da ist er. Da ist er. Na, was geht ab? Okay, hier, wo komm ich hin? Äh, nee, irgendwo hin. Komm ich wieder hoch. Okay. Also, diese Wichser... Die sind so ein bisschen feindlich. Soweit ich weiß. Und ich muss da hier so rein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So lachen bedeutet. Ah, ja. Okay. Schnell, schnell, schnell. Fuck you, ey. Pisser. So. Hier bin ich. Irgendwo. Ich hab keine Ahnung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ich hin muss. Also, da hinten ist einer. Auf jeden Fall. Also, da hinten ist einer. Bitte um antworten. Okay. Okay. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, der kommt hier hin. Nee. Wahrscheinlich doch nicht. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand türen kann. Wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole. Wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um antworten. Okay. Aufnahme gespeichert. In Zugriff Nummer 46. Alter, wo bist du? Oder schwätzt der da? Ich glaube, der da schwätzt. Oh, scheiße. Ach, da hinten. Ich seh den. Kommt der raus? Das könnte sein, dass der rauskommt. Ich versteck mich mal hier. Komm. Ja, der kommt hier rein, ey. Alter. Da ist er doch. So, ich glaube. Ich glaube, der hat sich verdrückt. Komm. Ja, ja, komm. Verpiss dich. Ich hoffe. Ich hoffe, dass... Oh, jees. Hier gibt's ne. Gibt's ne Karte. Da ist zu. Hier müsste ich rein. Ja, stimmt. Das hier ist es. Das ist es. Ja, Mann. Hier muss ich irgendetwas machen. Okay. Ich hab echt keine Ahnung, was ich machen muss. Ich mach hier irgendwas, wovon ich überhaupt keine Ahnung hab. Was soll ich hier machen, ey? Was zur Hölle mach ich denn hier? Komm her. Ja, hier. Ich hab doch... Muss auch von oben gleich kommen. Da. Jeder muss mir mal einer erklären. Keine Ahnung, ey. Was ist das für ein Blödsinn, ey? Vielleicht kommt der andere... Mann, was soll ich denn hier drücken, bitteschön, ey? Das passiert doch überhaupt nix. Boah, ey. Keine Ahnung, Alter. Ohne Scheiße, ey. Was ist das denn für ein Scheißdreck? Was soll ich denn drücken, Mann, ey? Ich... Wird so... Erklärt mir doch einer. Alter, ganz, ganz ehrlich. Drücken Sie die passende Eingabe, wenn Schaltkreis aktiv ist. Welcher Schaltkreis, du Wichser, Alter? Was genau soll ich drücken? Ich kann hier so ganz... Sonst gar nix drücken. Mann, Alter. Was ist das denn für ein Quatsch, Alter? Ohne Scheiß, ey. Mann, ey, ist das ein Blödsinn, ey. Alter. Könnt ihr das nicht einfacher machen? Was ist das ein Quatsch, Alter? Was... Was... Was muss ich denn hier drücken? Muss ich hier drauf irgendwie achten, hier? Alter, was? Ich hab keinen Plan, echt. Wieso soll ich... Muss das irgendwie gleich sein, oder? Naja, warte mal. Da hinten. So muss das auch sein, oder? Ja. Alter, ist das ein Blödsinn, Alter. Sie leben, Ribley hier. Ribley, Taylor, das ist Ribley. Wir haben uns Sorgen gemacht, wir... Wir haben es geschafft. Wo sind Sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Sexton hat hier alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich, das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich hab es gesehen, Samuels. Sexton hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur, sie ist groß und tödlich. Ribley, jetzt mal langsam, eine... eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ribley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Ich schicke Ihnen eine Transitkontel. Naja, ganz toll, ey. Jetzt ist das noch hier so eine scheiß fucking Alarm, ey. Scheiße. Was ist das hier? Bauplan. Okay. So, ich speichern. Am Arsch, ich... Geh nicht speichern. Kein Bock hier. Ethan, no. Okay, hab ich voll. Sensor hab ich auch voll. Alter, das... Grad eben hier, dieser schwuler fucking Computerarschloch-Scheiße, ey. Das war ja noch beschissener wie... Wie das beim Resident Evil... Nie, dieser bekackter Code, ey. Das war... Ich dachte, noch schlimmer gibt's nicht. Aber hier gibt's doch, alter. Na, ich glaub, diese schwulen Lücher sind irgendwo hier, oder? Ich bin mir zwar nicht sicher, aber... 100 Pro, ey, was ist denn da hinten? Hier ist nix. Ist gar nix. Ja, Sensor und Schrott ist natürlich. Nein, nicht da rein. Komm, hier, lies mal ein bisschen. Fehler. Freigegeben, Fehler. Audio. Wie geht's? Sevastopol. Hier spricht Weyland-Yutani-Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in ihrem Besitz befindende Black Box ist von höchster Wichtigkeit für Weyland-Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir sie darauf hinweisen, dass sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Ist nix. Okay. Hier rein oder was? Oh Leute, mein Timer. Ich hab jetzt drei Stunden lang verbracht mit diesem Kack-Fucking-Computer. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Wir sehen uns gleich wieder.